Willkommen im Autopflegecenter in Gmunden. Ihr Experte, wenn es um die Fahrzeugaufbereitung geht. Sind auch Ihre Scheinwerfer matt und haben Sie das Gefühl, die Lichter sind dunkler als zuvor? Unsere Mitarbeiter sorgen in Handarbeit dafür, dass ihre Scheinwerfer wieder wie neu aussehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auch die Autowäsche erfolgt per Hand. Verschmutzungen aller Art geht es hier an den Kragen. Hochwertige Reiniger und professionelles Equipment ermöglichen eine exzellente Arbeit. Nach der Außenreinigung erfolgt die Politur des Fahrzeugs. Sie lässt es jünger aussehen und verlängert außerdem die Haltbarkeit des Lacks. Eine gründliche Aufarbeitung des Innenraums ist besonders dann von Vorteil, wenn es sich um ein gebrauchtes Fahrzeug handelt. Denn da kann es sein, dass sich fiese Gerüche nach Nikotin oder Tiergerüche eingenistet haben. Unsere Sprühextraktionsgeräte sorgen dafür, dass auch tiefsitzender Schmutz aus ihren Polstern verschwindet, ohne dass die Sitze danach nass sind. Ihr Autopflegesenter in Gmunden. Für alle, die ihr Auto nicht nur fahren, sondern lieben. Ihr Autopflegesent und schlube ich sie, Vielen Dank.